Hallo Max. Hallo. Was geht denn? Hallo. Willst du bitte zocken? Ja. Zock doch bitte. Der Mama hat gesagt, du sollst zocken. Genau. Dann geh doch mal rein. Du machst jetzt ein Video. Was soll ich? Guck mal mein Handy. Willst du spielen dann oder was? Willst du dann spielen, Hax? Der kommt ganz anders hin. Der ist gut. Ist das was schönes? Als Geschenk in eurer Controller? Ja. Damit du jetzt nicht spielst, Max. Alles Gute zum Geburtstag, hm? Im März. Deine Schatz verdreckte Zunge.